Heute möchte ich dir zeigen, wie du den Hammer des Gesellen herstellen kannst. Und dafür schauen wir einmal auf Schicksalsbrett. Das öffnest du mit der Taste B. Und dann geht es hier rechts Richtung Handwerk und dann hier nach oben zu dem Schwert. Und hier siehst du, dass du genügend T2-Ausrüstung hergestellt haben musst, um 480 Ruhmpunkte zu erhalten. Und die Belohnung dafür ist, dass T3 freigeschaltet wird. Und dann kann man auch den Hammer des Gesellen herstellen. Und sobald du das freigeschaltet hast, gehst du einmal zur Kriegsschmiede des Gesellen. Und hier findest du den Hammer des Gesellen. Und um den herzustellen, brauchst du 24 mal Bronzebarren. Und dann kannst du den fertigen. Und sobald du den gefertigt hast, landet der hier in deinem Inventar. Und jetzt kannst du den entweder anlegen, am Markt verkaufen. Oder in der Kriegsschmiede untersuchen. Und dafür ziehst du den einfach hier rein. Und bekommst 495 Ruhmpunkte und erreichst somit schneller T4.